Servus und salutand an die Elite des Imperators. Willkommen zum nächsten Leather Game. Wir spielen mit dem Imperium gegen die Dunkelelfen. Und ich hab mir mal überlegt, nach bisschen mal was anderes zu machen. Und mal eine Armee genommen, die fast nur aus Elite-Kämpfern besteht. Bis auf die Flagellanten hier, die an den Flanken stehen sollen. Ich werd wahrscheinlich gleich so übel zerschnetzelt werden. Ich sag's euch gleich. Also wir haben auf jeden Fall drei Großschwerter dabei. Wir haben den Lebensmagier, der die beiden Heilsprüche hat. Erdenblut und... Nachwachsen, genau. Nachwachsen. Und wir haben Karl Franz mit allen Buffs, die er so hat. Ähm... Also mal gucken, wie es jetzt hier ausgeht. Wir haben zwei Demi-Greifen. Alter Schwede. Ich weiß gar nicht, warum ich die ganzen Gruppen hier überhaupt brauche. Mikrointensiv wird's wahrscheinlich nicht werden. Aber mal gucken. Ich glaub, ich stell mein Magier mal noch ein bisschen weiter hinter. Der Gegner ist bereits fertig. Okay, dann gucken wir mal. Ähm... Und nein, er hat eine Menge... Oh, ich bin jetzt schon tot. Schwarze Reiter, schwarze Reiter. Schreckensspeere. Düster Schwerter, düster Schwerter, düster Schwerter. Und zwei Henke von Haganeth. Oh Mann. Und Dunkeldornen. Die Dunkeldornen sind jetzt das größte Problem. Weil ich kann nichts gegen die machen. Nein. Feuern ausschalten. Verdammt. Dummes Schwein. Ja, ich mein, das einzige, was ich jetzt machen kann, ist halt... Eine Flagellanten vielleicht vorschicken. Nee. Einfach mal mit der Infanterie jetzt komplett vorrücken. Oh mein Gott, wie ich das hasse. Okay. Ihr kommt aus der Formation raus. Der Rest rennt vor. Ihr rennt hier an die Seite. Karl Franz. Wir müssen auf jeden Fall jetzt hier schon mal Malekit ein bisschen angreifen. Unser Magier geht mit. Karl Franz kommt hier mit vor. Was hat er denn jetzt hier gezaubert? Klingelsturm hat er ein bisschen verhunzt. Was macht denn meine Infanterie schon wieder? Mein Gott, wie die mich aufregt. Diese Gruppen wegen einem manchmal so auf. So, wir gehen hier nochmal hin. Und wir nehmen natürlich jetzt üblen Schaden von Malekit hier. Äh, von den Bogenschützen. Kann halt nur drauf hoffen, dass wir die irgendwie platt kriegen. Wir können hier mal mal Malekit angreifen. Und wir heilen auf jeden Fall mal hier gleich mal einen Heil-Zauber hier auf meine Frontlinie. So, mit Karl Franz gehen wir mal Malekit angreifen. Das sollte, denke ich mal, eine ganz gute Variante sein. Jetzt wäre jetzt fast zu überlegen, dass man mal mit dem Luminak noch jemand anderen angreift. Ach, weißt du was? Wir gehen mit Karl Franz hier mal runter, sodass der Luminak hier weiter schießen kann auf Malekit. Malekit. So, hier haben wir seine Kavala, die schon getötet, das ist sehr schön. Karl Franz, den müssen wir jetzt auf jeden Fall heilen. Der wird nämlich hier gerade richtig zerschnitzelt. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wo ist Luminak schieß? Wir können hoffentlich Malekit hier jetzt netzen, sodass Karl Franz das hier überlebt. Wunderbar, sehr schön. Die Demi-Greifen hier brauche ich jetzt unbedingt hier auf den Gottverdammten Bogenschützen hier. Karl Franz wird geheilt, das ist sehr schön. Hier müssen wir jetzt auf unseren Luminak aufpassen. Hoffentlich können wir ihn hier mal ein bisschen töten. Was macht ihr denn? Warum greifen die denn nicht an? Ihr dummen Idioten. Und, komm. Jawohl, er hat mich getroffen. Wunderbar. Wir müssen weiter abhauen. Wir können auch mal in die Bogenschützen hier reinfliegen, reinfahren. Hier können unsere nicht kämpfenden Truppen mal seine Bogenschützen angreifen. Und die Demi-Greifen können jetzt hier auch weiter kämpfen, auf jeden Fall. So, wo ist Malekit? Ein Schuss noch auf ihn abgeben. Hoffentlich kriegen wir das noch hin. Ein Problem sind seine... ...seine Henker hier. Und? Jawohl. Der Luminak hat... ...hat performt. Sehr schön. Der Luminak hat performt. Das gefällt mir. Ähm, so. Und jetzt sind wir halt leider wahrscheinlich des Todes. Wir haben hier noch mal eine Heilung. Luminak kommt mal hier hinten raus. Unser Magier kommt mal hier hinter mit. Die Demi-Greifen, die haben wir halt jetzt noch, ne? Die haben wir jetzt halt auf jeden Fall noch. Da können wir einmal kurz hier rein chargen. Und jetzt hier reinkommen. Um, ähm, Karl Franz zu unterstützen. Auch die hier können mal so ein bisschen mitmachen. Auch unsere Großschwerte hier hinten jetzt wieder. Und wo ist der Luminak? Er kann jetzt hier mal in die Henker reinfeuern. Weil wir müssen unsere starken Truppen mal rauskriegen. Weil wenn der Luminak feuert, dann will ich nicht, dass meine, meine Truppen hier der Nähe sind. Auf gar keinen Fall. Kann auch mal auf diese Henker hier schießen, ist okay. Hier kommen wir jetzt noch mal mit den Demi-Greifen rein. Diese Großschwerte hier, die halten hier ganz gut diese Reiter ab. Und das Schöne ist, dass die teilweise schon geschattert sind. Ähm, jetzt können wir mal Truppen hinten einfach mal netzen. Die Flaggillanten holen sich mal die hier. Und Karl Franz und seine Elite-Truppen können hier hoffentlich jetzt mal diese gottverdammten Henker platt machen, während wir hier drüben nochmal reinfeuern. Ne, aber pass bitte auf, schieß mal lieber auf die Bogenschützen hier. Los, los, los. Hier müssen wir mal Cycle chargen. Oh oh, da hat er uns schon ziemlich... Wir könnten mit dem Luminak eigentlich auch mal hier einfach drauf fahren. Und jetzt, wir müssen jetzt hier drüben alles platt machen, was geht. Hilft jetzt nix. Los geht's, Leute. Schnappt sie euch. Das ist okay, wenn die hier abhauen. Und die Demi-Greifen können wir... Ach, wir können leider auch nicht mehr heilen. Das ist jetzt ein Problem. Ein Wiesenproblem. Und da trifft er nochmal, der Luminak. Sehr schön. Jetzt ist er nur noch ein Wagen, aber das macht nix. Wir kämpfen jetzt hier nochmal gegen die Henker. Und jetzt können wir nochmal den buffen. Oh shit, wir haben es geschafft, Leute. Oh, das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht, dass das funktioniert gegen die Dunkle-Elfen. Da bin ich jetzt nochmal auf die Kills gespannt. Ich glaube auch die Schlacht, die schaue ich mir nochmal an. Alter Schwede. Gut, ich meine, er hatte halt sehr viele Schwertkämpfer hier, die von unseren Großschwertern ziemlich zerfetzt worden sind. Alter Schwede. Das war jetzt wirklich heftig. Das ist ein Bild, den ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen habe, wo überhaupt ein paar Großschwerter drin vorkommen. Und diesmal auch noch so viele. Aber wenn da mein Gegner jetzt seine Henker von Haganeth nach vorne geschickt hätte, dann wäre es ganz anders ausgegangen. Das kann ich euch gleich mal prophezeien. Und wenn er mit seinen anderen Schwertern um die Flanken gekommen wäre, die Jungs hier in die Mitte und mit denen hier um die Flanken rum, dann hätte ich wahrscheinlich keine Chance gehabt. Ansonsten ist das eigentlich ein ganz witziger Bild hier. Und eigentlich verstehe ich auch nicht, warum die Dunkeldornen hier so wenig Schaden an unseren Großschwertern gemacht haben. Ähm, der Ansturm war jetzt ziemlich unschön. Gerade nachdem die, ähm... Die Formation so ein bisschen durcheinander gekommen ist. Ah, das schauen wir uns nochmal an. Können nochmal die Formation von meinem Gegner nochmal betrachten, genauer. Das ist eigentlich eine gute Wahl hier mit den Dunkeldornen mit Schilden. In der Frontlinie. Damit kann man schon ziemlich viel platt machen. Dann eigentlich eine ganz gute Kombination aus, ähm, Elite-Truppen hier ganz hinten. Und, ähm, ja, ähm, billigeren Truppen vorne. Das ist eigentlich, zeugt eigentlich dafür, spricht dafür, dass mein Gegner eigentlich ein relativ erfahrener Spieler ist. Weil normalerweise sind solche Formationen relativ effektiv. Und das hier ist natürlich auch eine gute Sache, wenn man so viele, äh, so viel Kavallerie einfach hat gegen das Imperium. Weil man, ähm, eigentlich davon ausgehen muss, dass das Imperium ja viele günstige Truppen hat. Und, ähm, ziemlich viele gute Fernkämpfer. Und, ja, ich hatte ja mal gesagt, Karl Franz ist ein bisschen schrottig. Ähm, ich finde Karl Franz immer noch nicht so übermäßig toll. Aber er ist schon okay. Er ist schon auf jeden Fall stark. Und er kriegt übrigens dann auch nochmal einen Buff, ähm, wenn wir, äh, die Tombkings rauskommen. Dann wird Karl Franz auch nochmal gebufft werden. Und hier wurden natürlich jetzt unsere, unsere beide Formationen so ein bisschen durcheinander gebracht. Ähm, bam, der Luminag. Ich müsste eigentlich viel öfter den Luminag nehmen. Der macht schon echt guten Schaden hier an Malekid auf jeden Fall. Der hat sich in der Schlacht hier auf jeden Fall gelohnt. Ist eigentlich eine der besseren Artillerietruppen, die man mit dem Imperium bringen kann. Aber er ist halt auch sehr teuer. Und hier fehlen ihm jetzt halt seine Henker. Die hat er hier so ein bisschen weit hier nicht besonders gut im Nahkampf drin. Und da machen natürlich, bam, unsere, unsere Großschwerter, ähm, eine gute Arbeit hier gegen die Düsterschwerter. Wir können uns mal die Großschwerter hier nochmal mit anschauen im Nahkampf. Die Großschwerter sind so cool. Die sind ja an die Landsknechte, äh, aus dem 30-jährigen Krieg angelehnt. So vom Aussehen her. Das finde ich so cool einfach. Warum habe ich denn eigentlich hier nicht das Feuer, ähm, aus, ausgestellt? Ich habe doch eigentlich dem gesagt, dass er, ähm, dass er Feuer einstellen soll, oder? Naja, egal. Die Munition hat ja trotzdem noch gereicht. Das war ja dann okay. Und hier haben wir natürlich jetzt halt ganz schön üblen Schaden bekommen von den, ähm, Pfeilen als auch von Malekid. Weil Karl Franz einfach nicht die besten defensiven Stats hat. Der Typ ist einfach nur ein ziemlich übeler, ähm, ja, Damage-Stealer. Ähm, von daher, ähm, war gut, dass wir Nachwachsen dabei hatten. Sollte man immer haben, wenn man Malekid, äh, wenn man, wenn man Karl Franz bringt, weil der ohne Nachwachsen einfach viel zu, viel zu empfindlich ist. Und da kommt der nächste Schuss auf, ähm, Malekid. Und der trifft auch noch und macht guten, guten Schaden. Wunderbar, Malekid ist schon fast tot. Nur noch bei 700, bei 700 HP. Und hier sehen wir schon da, wo die Henker von Haganeth sind, zusammen mit Malekid. Da werden die Großschwerter natürlich richtig fertig gemacht. Die Großschwerter kriegen übrigens auch einen Buff. Die kriegen mehr Bonus gegen Infanterie, glaube ich. Und kriegen noch mehr Geschwindigkeit wieder. Die kriegen ein bisschen mehr Geschwindigkeit zurück. Das heißt, die sind jetzt nicht mehr ganz so lahm. Und jetzt haben sie jetzt 27, das ist langsamer als die meisten Zwerge. Schon übel. Oder, so langsam oder langsamer als viele Zwerge. Sagen wir es mal so. Und Karl Franz, ich meine, mit seinem massiven, rüstungsdurchschnittlichen Schaden kann er natürlich auch gut was gegen diese Henker hier machen. Aber da muss man wirklich aufpassen, wenn man den hier in diesem Blob aus Henkern hat. Das ist eigentlich nicht so toll. Ich hätte echt nicht gedacht, dass die Armee jetzt funktioniert, ohne Scheiß. Hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Aber Karl Franz rockt hier richtig. Die Elite Imperiumsinfanterie, cool. Ja, aber die Großschwerter brauchen definitiv einen Buff, auf jeden Fall. Die sind so schwach momentan. Für den Preis vor allem. Also die sind viel zu teuer, auf jeden Fall. Oh, der Luminak, der hat sich richtig rentiert. Auf jeden Fall. Aber wenn ihr den Luminak bringen wollt, dann würde ich euch wirklich anraten, immer den Luminak von Hüsch zu nehmen. Nicht den normalen, weil für diese 200 oder knapp 300 Gold mehr, die ihr da zahlt, kriegt ihr einfach so eine viel bessere Einheit. Ihr habt mehr Schaden, ihr habt eine höhere Genauigkeit, was beim Luminak extrem wichtig ist, weil der eh so wenig Munition hat. Und ihr habt auch noch das Netz und allein für das Netz würde ich fast mehr zahlen. Das Netz wird übrigens jetzt auch übelst geändert. Das kriegt jetzt, ich kann es euch mal erklären, falls ihr die Patch Notes noch nicht gelesen habt. Ähm, das Netz ist jetzt, ähm, also das Netz von Amintok ist jetzt eine Fähigkeit, die nur noch eine einzelne Einheit betrifft. Also nicht mehr diesen AOE-Effekt hat. Außer man, ähm, Overcasted ist. Wenn man es Overcasted, dann kriegt es weiterhin diesen AOE-Effekt, aber es, ähm, kriegt nicht, äh, noch eine erhöhte, ähm, Effektdauer. Also die Effektdauer bleibt jetzt gleich. Ähm. Find, mal gucken, wie das, wie das dann reingebalanced wird, ähm, ich fände es cool, wenn die, wenn die Mana-Kosten für das, ähm, nicht Overcasted im Netz dann aber auch ein bisschen gesenkt werden. Dann fände ich es cool, dann fände ich es eigentlich auch fast, naja, fände ich es eigentlich fast, also, fände ich es eine bessere Lösung für allgemein für diesen Zauber, weil es dann nicht, weil es kann schon ganz schön nervig sein, wenn man ständig genetzt wird, das kann schon echt ziemlich anätzen. Ähm, ähm, oh, die, damn, die Greifenbande, ey, die Greifenbande macht hier jetzt ganz schön Ärger. Ziemlich cool. Ja, wie gesagt, also Overcasted, einzelnes Ziel und, äh, normal gecastet, einzelnes Ziel und Overcasted dann mit AOE-Effekt. Ziemlich coole Lösung auf jeden Fall. Und allgemein kriegt das Imperium, ähm, noch ein paar Buffs. Vielleicht mache ich nochmal ein Video zu den ganzen Patch-Notes, aber mal gucken. Und bis dahin sage ich schonmal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.